Freunde, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was in Fortnite gerade abgeht, aber ihr seht schon, wir haben hier einfach 20 verschiedene Kevins und das lädt perfekt ein für ein Dart-Video. Denn heute machen wir Dart als Geister mit diesen ganzen Kevins. Mit dabei ist Odomad! Das war geil? Das war wild. Okay, dann noch mit dabei ist Zamby Jack. Oder mit Kumpel-Bollens-Jager. Freunde, Crytical Kidmaid ist immer noch da, deswegen benutzt ihn gerne. Könnt ihr auch die von den Jungs benutzen, wenn ihr wollt. Aber ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt rein mit Geister-Dart. Irgendwann eine Testrunde machen, damit ihr auch versteht, Freunde, wie es funktioniert, machen wir schnell. Wir nehmen den Geister und dann geht es nur um den letzten Kevin. Wir springen von Kevin zu Kevin und sobald wir den letzten berührt haben, Freunde, dürfen wir nicht mehr anfassen. Okay, aber davor dürfen wir auf jeden Fall lenken. Ja, ja, davor dürft ihr machen, was ihr wollt und dann ab jetzt, zack, Hände sind oben, Freunde, ihr seht sie bei mir immer in den Kameraden. Und ich knall gegen den Berg und bin genau auf lila. Perfekt, Digga. Wäre schon krass, Digga. Hat nicht gezählt, war Tutorial. Ja, war Tutorial. Aber ich feiere das Prinzip, Freunde, und ich hoffe, ihr feiert mich auch mit Trompeten und Heconfetti. Stimmung! Typisch Andy, typisch Andy. Ich würde dann sagen, wir machen so, dass heute mal Odomann anfängt, damit wir direkt das Schlechteste am Anfang sehen. Warte ab, Digga, warte ab. Okay, komm, gib ihm, Bruder. Geisterform. Erster Kevin ist berührt. Let's go, Bruder. Bist du bereit, Jimmy? Let's go, Jimmy. Odomann nimmt den letzten und... Was war denn das für ein Furz, Digga? Dark, Digga, grau. Hä? Was war das denn für ein Furz, Digga? Warte, man kann doch in der Luft noch Rechtsklick machen, oder nicht? Da geht man nach vorne. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Doch, das zählt. Ich nehmt grau. Ich mach euch eh fertig, Digga. Komm, mach du. Das ist grün. Okay, Freunde, ich bin als nächstes dran. Ich nehm die Geisterform. Und jetzt, heidelaleide. Passt auf, gebt euch mal, wie krass dieser Jump jetzt wird. Let's go. Oh, Bruder, hoffentlich ist gleich meine Geisterform durch vorher weg. So, let's go, Jimmy. Und ich... Ente nach oben. Ente nach oben. Nein, der ist zu weit. Der ist zu weit. Wie zu weit. Gegen Stein. Bruder, dieser Stein rettet meinen Arsch einfach jedes Mal. Junge, jetzt ist du unfair, Digga. Hä, wie geil, Digga. Wenn man dagegen knallt, hat man instant lila. Korrekt. Dann ist jetzt Ampy K dran. Okay, bleib da. Ich komm. So, hier sehen wir Ampy J als Geist. Ich flieg direkt, wohin. Oha. 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 Und er knallt auch dagegen, wetten wir? Oh mein Gott, ich... Er knallt dagegen und ist lila. Ben lila. Oh, ja. Digga. Wir haben keine Freude. Wir haben gerade grün, die Schau. Hey. Wir machen aber jetzt die Regel. Wer das Teil hier oben berührt, kriegt automatisch grau. Deswegen lieber mal ohne. Und ohne wann, du bist wieder dran. Jetzt go, Digga. Jungs, seid ihr ready, Digga. Er kam, sah und... Und springt zurück. Ähm. Und siegt er. Bruder, was machst du denn? Dein Geist ist gleich weg. Und dann ist es vorbei. Warte, warte, warte. Guck jetzt, guck jetzt, guck jetzt. Guck jetzt. Und zack. Auf den Linksen und tu wieder deinen Furz, Bruder. Hey, Junge, was machst du? Uh. Nice, cool. Ey, ich weiß nicht, warum... Digga, hä? Warte mal, ganz kurz. Ich weiß nicht, ob das an meinem Körpergewicht liegt. Oder an was anderes. Bruder, ich stecke das nicht. Ey, der ist getürkt. Der ist getürkt. Der Kevin ist getürkt, ey. Okay, kidnap du mit. Ey, ich bin dran. Digga, ich spring jetzt zum Zweiten von hier aus. Bam. Perfekt. Der geht perfekt gold. Wartet ab. Der geht safe nicht gold. Wartet ab. Du hast gelenkt, ich hab's gesehen. Ah. Hätte ich gelenkt, wäre reingegangen, Bruder. Es ist wieder lila. Zweimal lila, Freunde. Mit Tutorial. Eigentlich dreimal. Aber bis jetzt bin ich zufrieden. Maschallah. Ich komme. Okay, MBK ist wieder dran. Oh, er macht ihn. Er springt. Oh, mein Gott, bitte, bitte, bitte. Oh, mein Gott, es ist auch lila wieder. Es ist wieder lila. Junge, ich dachte gerade, es wäre gold, ne? Ey, Oduban, wie kannst du eigentlich grün treffen? Guck mal, das Ding ist, ähm... Wie? Ich getögt, der ist getögt. Der ist getögt, Digga. Komm, Oduban, dein letzter Versuch, Bruder. Sei die Bereitung. Wenn das jetzt auch grün wird, Digga, dann kriegst du alles grau. Hä, warum? Weil du scheiße bist. Guck jetzt, guck jetzt, guck jetzt. Wenn du jetzt gold triffst, Oduban, dann nehm ich komplett grün. Okay. Mit Ansage. Komm. Gib ihm. Mach es, Oduban. Mach es. Geh, geh. Ey, Bruder, er ist schon wieder denselben Fehler. Ja, auf einmal er schwebt in der Luft, Digga. Ey, schummelt. Nein, Nalu. Auf einmal er kann schleifen, Digga. Das war ein Glitch. Guck mal, hier ist ein Glitch. Guck, wie ist es? Hast du gesehen? Halt's den Maul, Digga. Digga, hab ich jetzt wirklich dreimal grün gemacht. So eine Scheiße, Digga. MBK, du bist dran und das wird eh wieder ein Lila werden. Ja, wird's auch. Weil es ist alles getögt, die Runde. Was laberst du mit getögt? Komm, mach es, Merka. Mach es. Guck mal, guck mal, wie er springt. Ja, Bruder, er springt noch übel hoch. Warum springst du so komisch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, aber, okay. Und es ist blau. Blau, keine Ahnung. Bruder, damals habe ich am besten geworfen von allen, Freunde. Und ich würde sagen, ich gehe als Einziger mit drei leeren Waffen in den Fight. Aber die müssen wir jetzt erstmal irgendwo finden. Let's go. Also halt da auf, Jump, Pet und Go. Harte, Believer, Bitch. Baba, Kiste, Freunde und... Ja. Ja. Boah, die ist dann für MBK. Wo ist meine? Ja, ich habe schon meine. Nimm trotzdem. Korrekt, Bruder. Was hast du gefunden? Jeder in der Auge. Okay, Freunde, dann habe ich schon zwei leeren Waffen. Aber beides irgendwie fast dasselbe. Ich bräuchte jetzt am besten eine Pump noch. Oh. Okay, Freunde, ich hab's, Digga. Alle meine leeren Waffen sind ready. Er hat wieder eine Schott. Was hast du bekommen, du Hund? P90. Und wir fighten jetzt in... Krabschen, Bläver. Fight. Freunde, und wie schon im Bingo-Video fighten wir hier in dieser riesigen Blase... War da gerade ein Voice-Crack? Ich habe ja nicht gehört. Oha, was geht mit den Zombies ab, ja? Das heißt aber, hier müsste jemand sein. Und ich würde sagen, das Battle beginnt direkt. Echt? Ey, 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 ey. Ich sag's nicht, ich werde so reinschmitzen. So scheißegal. Ja, ich wollte die Spitzanot. Ich hab gerade unnormal gezittert. Hast du das geht, ne? Ey, was heißt die denn? Ich hab 5 HP. Ich hab 5 HP. Ja, warte ab, Digga. Ich weiß ganz genau, wo du bist, Digga. Ich weiß ganz genau, wo du bist, Digga. Nein, du weißt nicht, wo ich bin. Ganz genau. Du kannst das gar nicht wissen, weil ich schon längst weg bin. Mirkan ist einfach außerhalb der Map. Das ist doch ne Kiste. Ne, ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich hab mal ne Fragen. Hallo. Ah! Mann! Erstes Leben von mir und Odomann weg. Mirkan haben wir noch nicht gesehen. Mirkan ist außerhalb der Map. Ja, wo seid ihr? In der Blase! Holy Hatch ist Blase. Blase! Komm in die Blase, Digga. Komm in die WhatsApp-Gruppe, Digga. So, wartet mal ab, Freunde. Gibt euch mal jetzt diesen Spot hier. Wie krass ist der bitte? Tschüss, Mirkan. Wie krass ist dieser Spot? Der kann auch down. Und du gleich auch? Gib Mirkan keinen Aim. Was redest du, Bruder? Pass mal auf jetzt. Wo ist er? Wo ist er? Oh, da kommt, glaube ich, jemand aber auf Odu. Das Geile ist, die Monster verraten uns doch eigentlich immer, wo Odu ist. Ja, die Monster verraten auch, wo du bist. Nein. Warum? Weil du nicht in der Blase bist? Vielleicht nicht. Die Blase muss platzen. Hä? Hä? Muss Meckern. Meckern ist ruhig. Mit Bonn oder ohne Bonn? Kannst du gar nicht in der Blase. In der Blase kannst du nicht. Aber Blubberblase. Da. Ich habe gerade einen Schuss gehört. Batz, 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 batz. Oh, das war ein leckerer Hit. Oh. Okay, ich gehe da hin. Ich gehe da hin. Okay, Mirkan bei mir. Alles easy. Hä? Oh mein. Aim. Aim. Ja. Ich habe noch ein Leben, du kleiner Hund. Der Abstauber. Okay, Freunde. Mirkan hat wie viele Leben? Mirkan hat auch noch ein. Vier. Ein. Mirkan hat ein. Ich einer. Und du hast auch noch zwei. Ja. Ich habe noch zwei Leben, Freunde. Die anderen haben beide nur noch eins. Deswegen eigentlich, Digga, ist das... Digga, die Runde ist komplett für mich. Ich wollte meine Einstellung ändern. Warte, ich habe gesehen, jemand landet hier. Ja. Haut mal ab, Digga. Ey. Gib mir das down. Auch noch ein. Ja, wir geben zwei. Kurz schlumpf geworden. Okay, kein Problem. Ich weiß nicht, wieso. Die feierten gerade. Einer wird sterben. Ich bin down. Und der Letzte bleibt übrig. Eins gegen eins, Digga. Ein Leben nur, ne? Komm, Mirkan, Dekki. Ja, ich habe nur noch ein Leben. Du hast auch noch ein Leben, Mirkan, ne? Ja, er landet außerhalb. Er landet außerhalb. Wo bist du? Oh, wir haben ein bisschen Schill von den Zombies. Where are you? Where are you? Where are you? Oh, Gott. Oh, Gott. Habe ich nicht gesehen. Oh, Gott. Jetzt hast du mich gesehen. Nein. Oh! Doch. Oh, lecker Schmecker, Freunde. Und dann würde ich sagen, haben wir das Ganze mal wieder gewonnen. Wie immer. Der Dart-König, Freunde. Mal sehen, vielleicht gewinnt ja irgendwann jemand meinen Gürtel. Ey, Freunde, wenn ihr Bock habt auf eine Dart-Meisterschaft, dann lasst gerne einen Daumen nach oben. Dann schreibt es in die Kommentare. Und dann bis morgen um 17 Uhr. E, now! E, now! E, now! E, now! E, now!